Billroth-Straße Billroth-Straße, dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Nehmen Sie die zweite links auf die Billroth-Straße, dann eine schnellere Route gefunden. Sie sparen 11 Minuten. Sie sind eine schnelle Route. Sie sparen 11 Minuten. Wir haben eine schnellere Route. Wir haben eine schnellere Route gefunden. Sie sparen 15 Minuten. Geben Sie die zweite links, dann halten Sie sich rechts.